Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arx Survival Evolved hier auf meinem Kanal. Ihr seht, hier haben wir fett abgesahnt, eben gerade, und Trita ist tot. Er hat sich in eigenen Tod gekämpft, uns gerettet, unser Haus gerettet, alle gerettet. Er ist für uns gestorben, als Heldentat, und er wird bei uns in ewiger Erinnerung bleiben. Ja, und wir werden gleich neun sehen, neun Triceratops, aber vorerst muss ich da vorne nochmal... Peter lebt noch, da seht ihr es, aber Trita hat einen Allosaurus getötet. Der Allosaurus hat vorher noch so einen Storch getötet. Er ist für uns gestorben. So einen Pelz müssen wir nochmal nehmen. Ob ich schon wieder zu schwer bin, das kann doch nicht sein. Was ist denn hier so... Ja, moin, wahrscheinlich wieder 20, oder? Was ist denn hier so schwer? Kommt die halt nochmal weg. Die. Die. Jetzt geht's wieder. Irgendwas kann ich noch nehmen. Nehmen wir mal Tinto Bären. Tja, er ist für uns gestorben. Wie gesagt, er bleibt in ewiger Erinnerung für uns. Ja. Für Peter können wir bald einen Sattel machen. Wir hatten Glück, dass Peter fliegen kann. Er ist einfach weggeflogen, beziehungsweise hochgeflogen, von dem Allosaurus, der Peter, äh, Trita, Trita, wie hieß er? Trita getötet hat, glaube ich. Ja. Wie gesagt. Sehr, äh, schlimme Sache. So, wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal genug Leder. 400 Leder haben wir. Ein bisschen Keratin können wir hier auch noch reinpacken. Keratin, Fasern, Bären, Voll. Hier, Bären, Bärensamen. Fasern, Fleisch. Äh, ja, ansonsten, viel mehr können wir so gar nicht mehr rauspacken. Ja, und wir werden jetzt gleich mal auf den Weg begeben, uns eventuell einen neuen, einen neuen Triceratops zu zähmen. Ne, ist ja falsch. So. Asylbären, Mitobären, Kintobären. Ja, Trita war eine sehr große Hilfe für uns. Hat viele Samen gesammelt. Aber wie gesagt, er ist tot. Und wir können es nicht mehr ändern. Ja, das war schon mal perfekt. Falsch. Oh, Entschuldigung. So, das wir tragen hier einmal. Mitobären können wir eventuell sogar mitnehmen. Den Sattel packen wir auch erstmal da rein. So, und vielleicht könnten wir schon mal neue Pfeile machen. Was fehlt uns denn? Fasern, Feuerstein, Stroh. Fasern, Feuerstein, Stroh. Fasern. Stroh und Feuerstein müssen wir noch sammeln. Ja, da oben ist noch mal Alphatier. Da kümmern wir uns gleich nochmal drum. Achso, Strohroh. Ja, genau. Nein, ich hab schon noch Russfleisch gegessen. Das ist doch ekelerregend. So. Nein. So. Tja. So schnell geht ein Dino von uns, ne? Ja. So. Gehen noch mehr, ja? Wir haben jetzt ein paar mehr als 100. Ich weiß nicht, ob die reichen werden. Ziehen wir uns erstmal an. Ah, da haben wir schon. Okay. Ja. Dann, äh, würde ich sagen, entleeren wir mal unser Inventar. Und dann geht's hoch. In Richtung, äh, Alpha. Und dann werden wir uns mal um diesen sogenannten Alpha-Dinosaurier kümmern. Ich weiß zwar, ich kann noch nicht sagen, welcher das ist. Wie der heißt. Und wie viel Leben der hat. Und, 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 kann ich nicht sagen. Aber eins kann ich sagen, wir müssen ihn töten, bevor er runterkommt. Sonst ist kleiner Helfer auch ganz schnell kein kleiner, äh, sonst ist Peter auch ganz schnell kein Peter mehr, sondern dann ist Peter auch ganz schnell tot. Bisschen unverständlich jetzt erklärt, ne? Naja. Ich denke, wir haben's verstanden. So. Komm weg, komm weg. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Ne, 50, ah, jetzt hab ich 50 Pfeile weggeworfen. Dann sammeln wir halt wieder alles auf, upsala, und alles mal von vorne. So, weg, 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 weg noch voll. Dann packen wir die Mecho-Bären rein, Fasern rein, das, 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 das. Das kommt alles rein. Ah, wir haben 26 Essen. Ja, dann würde ich sagen, geht's jetzt hoch. Wir trinken vorher noch mal was. Weil wenn wir da im Kampf sind, könnte es heikel werden, was zu trinken. Und dann wird's richtig spannend noch mal, ob wir diesen, diesen, äh, Alpha-Dinosaurier platt bringen. Oh, der lebt noch, okay. Ich frage mich, warum sie den nicht angreifen, ne? Diesen Riesenpflanzenfresser, da hätten sie doch erstmal genug Essen für. Ich hab halt Angst, dass die runterkommen, deswegen will ich die gerne angreifen. So, regenerieren wir einmal kurz hier die, äh, Dingsons. Wir müssen uns echt mal basieren, ne? So, oh, oha. Ne, hier mach ich, den Kampf mach ich lieber in Perspektive, da kann ich besser. Was heißt in Perspektive? Hier, First Person, nicht Third Person. So, lokalisieren. Erstmal einscheißen, genau. Lokalisieren und dann gucken. Da vorne. Okay. Als ob die jetzt gerade auseinandergegangen sind. Komm, ich muss ja mal ein Treffen hier. Wo gehen wir hin? Das ist zu weit weg. Ich brauche mal einen erhöhten Spot, sonst bin ich Insta-Tot. Na, vielleicht jetzt. Ich krieg die nicht. Wir müssen uns einen anderen Spot suchen. Okay. Schwierig. Schwierig. Na, vielleicht hier. Ja. Ja, sie kommen. Lol. Bin so gut wie down. Ja. Ja. Ach, du heilige. Da kommen wir nicht mehr ran. Da kommen wir nicht mehr ran. Ausgeschlossen. Das ist zu heftig. Das ist zu heftig. Was machen wir jetzt, ey? Muss ich hier wirklich tot-cheaten? Das wäre eigentlich die letzte Notlösung. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch, oder was? Ich habe gerade andere Probleme hier, mein Junge. Lol. Was war denn das für ein Boost? Wo komme ich denn jetzt hier hoch? Jetzt kriege ich hier natürlich keinen Boost. Als erstes hat alles so schön geklappt, ne? Und dann... Das ist ja noch genau da. Oh mein Gott, wie machen wir das? Wie sollen wir das hinbekommen, bitteschön? Oh, hier. Das wäre der perfekte Spot gewesen. Ja, die stehen jetzt genau da. Können die da nicht weggehen, ey? Bitte, ey. Oh, der guckt auch genau hin, ey. Oh. Ja, ich würde die Folge hier beenden. Und gucke dann mal, ob ich meine Sachen da irgendwie bekomme. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, wir bekämpfen hier diese Viecher. Bis zum nächsten Mal. Euer Jan. Ja, wir sehen uns dann.